Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteamhimmel. Wir sind kurz vor der Spitze des Himmelsgipfels und besteigen die jetzt heute. Und nebenbei, bevor wir da sind, rede ich ein bisschen über die neuen Pokémon an, kündige. Oh stimmt, wisst ihr was? Einen Moment, ich nehme gleich weiter auf. So, ich bin zurück. Mir ist nämlich eingefallen, dass vor einer halben Stunde die Infos offiziell revealed wurden zu Schwert und Schild. Und jetzt habe ich mir gerade mal das Video angeguckt mit den neuen Gigantamaxing-Formen. Also, das Erste, was ich dazu sagen muss, ich will keine Gigantamaxing-Form von Evoli, ich will eine normale Entwicklung. Ist aber ja noch nicht ausgeschlossen. Aber ich muss auch sagen, dass ich diese Gigantamaxing-Evoli-Form wirklich nicht gut finde. Das ist einfach das ganz normale Pokémon. Nur diese Mähne, dieser Kranz, den es um den Hals hat, ist größer. Das ist eigentlich der einzige wirkliche Unterschied. Das Pikachu hingegen... Ah ja, und natürlich, dass man Spielstand braucht, ist... Also, wir haben das Spiel da. Ich werde mir vermutlich trotzdem, um das zu bekommen, Spielstand anlegen, aber nicht spielen. Warum ist er eigentlich so ein Sturm? Äh, das Pikachu kann ich auch geil lehre. Logischerweise nicht bekommen. Es ist halt so toll, dass man für sowas mal wieder belohnt wird. Das Pikachu ist halt einfach ein Meme. Ich meine, jeder kennt es aus der älteren Generation. Inzwischen absolut Mimik. Fettes Pikachu. Anstatt der Statue, die es heute hat, Pikachu nur halt einfach fett. Und das ist gefühlt genau diese Gigantamaxing-Form. Dann haben wir Smetbo. Ja, ist nicht besonders, finde ich. Ach, scheiße. Dann haben wir Mauzi. Mauzi sieht aus wie eine fucking Ausgeburt aus der Hölle. Ich meine, jetzt mal im Ernst. Was haben die sich denn bei dem Design gedacht? Das Ding hat einfach... Ach. Das Ding hat einfach einen achtmal so langen Körper bekommen. Und das war's. Ah ja, und es hat Augen, als wär's von Dämonen besessen. Es ist so schlimm. Also jedes Mal verliere ich mehr Glauben an Pokémon... An Game Freak Pokémon Company. Einfach an... Ah, stimmt, Fragezeichen. Nein, war verlangsamt. Ich verliere einfach den Glauben an die Leute da. Wobei ich sagen muss, einen Lichtblick gab's. Evoli fand ich jetzt, wie gesagt, nicht so toll, auch wenn ich das Pokémon an sich mag. Ich find's gut, dass es an sich eine Form bekommt. Und ich bin ja immer noch sehr dafür, dass Pikachu als Maskottchen der Reihe von Evoli abgelöst wird. Äh, aber ja. Dann gab es eben den einen Lichtblick. Weil, das muss ich ehrlich sagen... Zumindest ein bisschen besser wird's mit den Ankündigungen letzter Zeit. Ich fand Galaponita schon echt cool. Ich mag das. Ich hab mitbekommen, einige finden's nicht so toll. Aber Galaponita find ich schon echt cool, muss ich sagen. Die ja... Dass das war... Wie es angekündigt wurde, war schlimm. Das... Das seh ich ein. Ein 24-Stunden-Stream, bei dem gefühlt alle drei Stunden irgendwas ist. Nur um ein Pokémon anzukündigen. Nicht gut. Trotzdem hat es mich in meiner Entscheidung bestärkt, dass wenn ich überhaupt eins der beiden Spiele hole, das ist noch die Frage und hängt von dem ab, was noch kommt. Hauptsächlich hoffe ich halt auf ne neue Evoli-Form wäre eigentlich die Bestätigung, dass ich mir das Spiel hole. Ansonsten muss ich gucken. Und ich meine nicht Gigantamaxing mit ner neuen Form. Ähm... Ja. Ne, Glurak war aber wirklich Gigantamaxing. Das sieht wirklich nice aus, muss ich sagen. Das feier ich. Weil, versteht ihr? Weil das englische Wort für Feuer... Feuer und Glurak ist ein Feuer... Ne, aber das ist auf jeden Fall echt stabil, das Glurak. Da will ich mich echt nicht drüber beschweren. Das ist cool. Wir sind an der Himmelsgipfelspitze. Nachdem wir den Himmelsgipfelspitzenpass geschafft haben. Oh, ich kann einen Gipfel sehen. Hm, wunderschön hier. Das ist übel. Anscheinend ist das alles während meiner Abwesenheit geschehen. Ich bin ein Pilz. Ich bin ein Pilz. Das ist also der Gipfel. Nein, das ist... Clevie. Wir lieben Dreck. Ach, da kann ich euch was zeigen. Also, wenn ihr hier die Straße lang geht, dann, äh, rechts nochmal links einige Meter und dann nochmal rechts, äh, insgesamt, glaube ich, ein Kilometer oder so. Da steht Lord Eckers Haus. Ich bin ein Pilz. Slime und Slime, okay, gehört ihr nicht her, das wisst ihr doch. Geht da hin zurück, wo ihr hingehört. Nee. Weg mit Sauberkeit. Töten wir sie. So. Ein Bosskampf, der, glaube ich, etwas schwerer ist als der letzte. Zumindest hoffe ich das. Ich lasse die Gegner einen ersten Zug machen. Zwei haben sich neben mich gestellt. Okay, denn ich habe ja meinen Donnerblitz. Damit kann ich hier eins treffen, eins verfehlen. Als ob das noch nicht reicht. Ich dachte, die haben eher wenige. Oh, das dritte kommt auch noch sehr gut. Ich dachte, die werden ziemlich wenige Leben haben, muss ich sagen. Aber ich glaube trotzdem hier, wenn wir jetzt zu sechst wirklich rumlaufen, dass wir den Kampf gut hinbekommen können. Schämen ist vergiftet worden. Und ich hau wieder auf meinen Donnerblitz. Jetzt habe ich sogar drei Ziele. Genau das, was mir am wichtigsten war, zu treffen. Fragezeichenman kann im Moment nichts machen. Schämen ist ganz, ganz, ganz kritisch gerade. Ich muss jetzt abmessen, inwiefern es das wert ist, eine Sinelbeere zu nutzen auf Schämen. Sache ist die, er wird ansonsten halt vermutlich tot sein. Dafür sind jetzt halt die drei Viecher vor mir. Noch einsatzfähig. Oh Gott, Verteidigung. Verteidigungsboost, Verteidigungsboost. Okay, das bringt ihn aber nicht viel. Ich werde gleich natürlich wieder auf den Donnerblitz gehen. Ich bin ja nicht dumm. Aber es wäre langsam mal Zeit, dass das erste von den Dingern down geht. Sag mal, und zwar heute noch. Jetzt pushen sie ihre Verteidigung. Okay, wir können wieder. Komm, ein Donnerblitz muss mal töten. Zwei. Zwei sind raus. Ich will den Platz mit Schämen tauschen. Dann kann ich nämlich drei treffen. Komm, Karpels, das hinter dir tötest du bitte. Jo. Ich weiß, die haben hier in der Ecke alle schon schön Damage genommen. Und für den Notfall habe ich drei Belebersamen. Als ob. Als ob. Ich dachte, die wären alle schon übel angedamaged. Und die haben es alle überlebt. Als wenn. Das Slimer da unten darf mich jetzt nicht treffen. Okay, eins ist tot. Ja. Ich leb noch. Ich hoffe, Fragezeichen, man und Karpels kommen da hinten klar. Das Ding lebt immer noch. Die leben, die beide leben immer noch. Immer noch. Ich lebe. Ich lebe. Komm, ein, zwei Hits und das Ding ist. Okay, er ist tot. Das war ein bisschen riskant für Schmünter. Aber wir sind auf den letzten zwei Gegnern. Ich wollte gerade sagen, es ist auch nur noch eine Frage der Zeit, bis das erste Ding down geht. Jetzt ist die Frage. Nee, nee, ich nutze keine Slimerbeere auf Fragezeichen, man. Dadurch erhöht sich hier der Damage. Nochmal. Nein, trefft doch. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ähm. Hallo? Hallo? Ist das gerade irgendwie ein Scherz? Dankeschön. Ich dachte, ihr trefft heute nicht mehr. Seid eigentlich wieder zu Vernunft gekommen, Slimer und Slimog? Äh? Oh, Shaman. Was während meiner Abwesenheit passiert? Ihr wisst doch, dass das hier nicht euer Zuhause ist, oder? Hä? Hier ist unser Zuhause. Seht ihr? Alles dreckig und eklig. Ich verstehe, hier ist schon lange niemand mehr gewesen. Tu uns leid, Slimer und Slimog, aber das hier ist der Berggipfel. Hä? Der Gipfel? Kann nicht sein. Anscheinend ist er verfallen, weil so lange keiner mehr hier war, aber wir können den Gipfel nicht wieder so verlassen. Würdet ihr bitte zu eurem richtigen Zuhause zurückkehren? Was? Hier ist der Gipfel? Haben wir nicht bemerkt. Sorry, wir gehen nach Hause. In Ordnung, ich danke euch. Ich werde euch später ein Zeichen meiner Dankbarkeit überbringen. Die Müllabfuhr. Okay. Und wo gehen die jetzt hin? Ich meine, wir sind ja auf dem Gipfel. Es gibt außer hinter uns keinen Weg runter. Boah, bitte bringt euch hoch. Äh, ich meine... Wo waren wir gerade? Wir müssen hier aufräumen und diesen Ort wiederherstellen. Wie wir herstellen? Er ist so schmutzig, wie könnten wir... Wir Schämen besitzen die Gabe, Schmutz und Staub zu absorbieren und so das Land zu säubern. Deswegen sind wir Staubsauger, Schämen. Trotz allem ist die Beseitigung dieses Drecks hier kein Zuckerschlecken. Na, dann wollen wir mal. Ich bin ein Pilz. Schämen explodiert! Duck euch! Okay, die Animation hatte ich nicht mehr im Kopf. Ich sag ja, der explodiert, der Junge. Was ist denn mit dem los? So ein Staubsauger bräuchte ich auch. Einweg-Staubsauger. Einmal benutzt, dann explodiert er. Alter, da hab ich ne schöne Idee fürs Thumpen, ey. Ich bin ein Pilz. Das ist also ein Gipfel. Er hat sich wirklich sehr verändert gegenüber von Lord Eckes Haus gerade. Er ist schön. Mein herzlichen Glückwunsch für das Erreichen des Gipfels. Dies ist dir Himmelsgipfelspitze. Wir haben's geschafft. Ich bin ein Pilz. Hey alle, seh mal dort. Ist ein Pilz? Ich bin ein Pilz. Und ne neuste Aussicht. Ich bin ein Pilz. Ich bin ein Pilz. Ich auch. Okay, Flungenkiefer. Das ist einfach. Ich bin sprachlos. Ja, dann halt die Fresse. Ich glaub, das ist das erste Mal. Das muss der sagenhafte Schatz sein, dem man nachsagt, er sei prächtiger als alle anderen. Ich bin ein Pilz. Es war mein Vergnügen. Und es hat Spaß gemacht, mit euch allen den Berg zu besteigen. Daher danke ich euch. Nun, wir sollten das irgendwann nochmal wiederholen. Auf jeden Fall. Euch hat der Ausblick vor dem Gipfel wohl wirklich gefallen. Sollen wir zum Fuße des Berges zurückkehren? Ja. Zurückkehren bedeutet... Ich bin ein Pilz. Beruhigt euch, ist ja alles in Ordnung. Ich werde euch alle zum Fuße des Berges zurückbringen. Gar kein Problem. Bitte was? Hier oben wächst eine spezielle Blume namens Grassidea. Für uns scheinbar hat sie eine besondere Bedeutung. Ihr fragt euch vielleicht, auf welche Art besonders? Super Saiyajin Form! Hi! Ich fasse die Blume einfach auf eine bestimmte Art an. Schon kann ich eine begrenzte Zeit lang meine Form ändern. Okay. Das wäre echt so süß. Ich meine, ich bin ein Pilz. In dieser Form kann ich fliegen. Du kannst... Eier! Also, damit wir das jetzt zusammengefasst haben. Shaman ist ein Multifunktions-Einweg-Staubsauger, der seine Form ändern und fliegen kann. Und nach einer Nutzung explodiert. Ganz genau, und fliegen macht eine Menge Spaß. Ist nicht viel, aber betrachtet als ein Geschenk von mir an euch. Alles klar, lasst uns den Berg runter segeln. Gut festhalten. Der dürfte Maschhock nicht mal tragen können. Und schon gar nicht alle auf Eimer. Okay, wahrscheinlich wiegt Flunkiefer sogar mehr, weil es Stahl ist. Team Gelbweilcode bedankte sich nach diesem erfolgreichen Ausflug zur Himmelsgipfelspitz. Vielmals beim lieben Staubsauger-Vertreter Shaman und kauften ihm deswegen gleich einen Staubsauger ab. Nach einem sicheren Flug kehrten sie alle mit ihrem neuen Staubsauger nach Schatzstadt zurück. Am Abend ihrer Rückkehr fand eine große Party im Pandir-Café statt. Das Austauschen der Erlebnisse und Geschichten und Schaubsauger dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Am nächsten Tag. Und das war's mit diesem Teil der Bonus-Story. Ich glaub, jetzt kommen wieder ein paar Tage Missionen, bevor es weitergeht. Kann das? Ist an der Zeit, Schmünzer. Gestern hatten wir so viel Spaß und Staubsauger. Die Nacht durchzuplaudern war ganz schön ermüdend. Ja, genau. Plaudern! Sag's doch, wie's ist! Morgens, Mittags, Abends. Wir wollen sauben. Ähm. Hey, Schmünzer. Ich hab dich das schon mal gefragt, aber auf Erkundung gehen macht eine Menge Spaß, nicht wahr? Ja, bist wohl zu lange aufgeblieben. Noch völlig verschlafen. Äh, lass uns heute viel Spaß beim Erkunden haben. Nein! Hast du mir nicht zugehört? Ich bin nicht verschlafen! Eine Nachricht vom Erkundungsteamverband ist für euch angekommen. Oh, bitte, bitte sag da, obwohl, nee, das geht gar nicht. Wenn du dieses Lied noch einmal... Und da ist es! Wenn du dieses Lied noch einmal anhören möchtest, kannst du dies von jetzt an tun. Wir haben die Himmels-Jukebox freigeschaltet, zu der wieder ein eigener Part kommen wird. Der Part kommt dann aber eben auch erst sehr am Ende im vorletzten oder letzten Part, kommt eben darauf an, ob ich's schaffe, den Verhängnisturm freizuschalten. Ja, ich weiß, musst mir nicht erklären. So, und jetzt geht es wirklich wieder normal mit Missionen weiter. Yay! Dabei hab ich doch grad mit Shellast abgesprochen, dass Erkunden rotze! Äh, was will ich lagern? Also, ich will lagern. Slime-Kon... Das, das... Das, das... Nimm zwei. Das, das, das... Das, 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 das... Das, das, das... Die verschenke ich. Das und das. Ah ja, und Shellast würde ich auch noch gern deponieren. Geht nicht! Stimmt, den willst du nicht behalten. Das kann man keinem antun. Digga, der Typ will einfach auf Erkundung gehen. Ja, das ist sehr zu meiner Zufriedenheit, um genau zu sein. So, ich geh aber kurz noch mal nach Shemendorf, weil man dort die Himmelspräsente verschicken kann. Einfach an irgendwelche Pokémon, die es verdienen. Wohin soll die Scheiße gehen, wo... Wohin soll die Scheiße gehen, wo... Ins Shemendorf. Ganz schön langer Fußweg. Und da sind wir wieder. Hier ist auch noch Team grenzwertig. Ich bin ein Pilz. So, ähm... Jetzt wäre es gut zu wissen, welcher Shaman der richtige ist. Ich guck mal, ob ich hier unser Shaman wieder find. Also, der kann es nicht sein. Du vielleicht. Du vielleicht. Das waren alle. Also, am ehesten du, oder nicht? So, ähm... Ja, Shaman Lieferservice. Ja, ich bin... Also, ich könnte natürlich... Ernsthaft? Ich kann nur an die Gildenmitglieder und Fragezeichen... Warte! Ist es das, was ich denke? Also... Habe ich kein einziges Pokémon rekrutiert in diesem Playthrough? Kann das sein? Hier, Bidiza. Ja, und zwar noch eins. Äh, und zwar an meinen allerbesten Freund. Ähm... Den Gildenmeister. Tja, keins mehr übrig. Ne Fragezeichen, Mann? Schade nicht. Ich glaube, man kann... Äh... Eben... Sozusagen... Selber dafür was bekommen, wenn man hier... Irgendwie... Oder so... Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ihr sagt. Ich bin lost. Äh... Ich würde auch sagen, wir machen heute keine Mission mehr. Ich suche noch eine aus, die wir dann in der nächsten Folge machen, aber... Das will... Ich will hier jetzt mal gerade gucken. Doch, ich hab welche... Ich hab welche... Lauchkopf... Olaf... Slime... Anscheinend kann man an die doch nix verschicken. Okay. Ich hab mir eingebildet, man könnte an Teammitglieder was verschicken. Alter, das wäre übel lustig gewesen, wenn ich wirklich legit nicht ein Pokémon rekrutiert hätte. Neuer Dungeon entdeckt. Lass uns die Wildnis. Alter, ich geh dich anzünden. Und dabei bin ich nicht mal ein Feuer-Pokémon. Ich könnte das machen. Oder das. Komm, wir gehen in die Salzwasserhöhle. Und machen da zwei Janoven-Aufgaben. Ich sollte hier das vermutlich irgendwann nochmal angehen, aber nicht auf einmal. Ich würde sagen, das war's dann mit der heutigen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wenn ihr die weiteren nicht verfolgen wollt, sondern Teil der Walross-Gilde werden wollt, lasst ein Abo da. Liken ist auch Support. Fände ich saftig. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Ciao. Nachdem ich geguckt hab, ob hier ein moin Labrastokek... Ah, stimmt, Diktri, der jetzt seine komische Kacke hier labert, gibt's ja auch noch. Freut mich nicht, warum. Ähm, wir sehen uns wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.